Hallo, heute komme ich mit einem ganz, wie ich finde, sehr spannenden Thema. Und zwar Bruno Latour interpretiert das Gaia-Konzept von James Lovelock. Und zwar tut er das in seinem Buch 2017 in Berlin erschienen. Das Buch heißt Kampf um Gaia und es hält acht Vorträge von ihm, vom Latour. Und ich beziehe mich hier besonders auf den dritten Vortrag, in dem er besonders auf Lovelocks Gaia-Konzept eingeht. Dazu muss man wissen, dass Bruno Latour ein zeitgenössischer französischer Soziolog und Philosoph ist. Und James Lovelock auch ein zeitgenössischer, aber ein britischer Wissenschaftler mit Abschlüssen in Chemie, Medizin und Biophysik. Der in mehreren Büchern die Gaia-Konzeption maßgeblich entwickelt hat. Ich halte hier nochmal das Buch von Bruno Latour in die Kamera. Das habe ich vor einigen Jahren rezensiert, habe ich als E-Book. Wo das vorkommt, fand ich damals sehr spannend. Und jetzt stelle ich halt nochmal dieses Thema hier etwas genauer dar. So, dann beginne ich mal mit Latours Interpretation. Also, Lovelocks Fragestellung So Latour ist neu. Inwiefern kann man sagen, dass die Erde tätig ist, ohne ihr gleich eine Seele anzudichten? Wie von der Erde sprechen, ohne sie als integrales Ganzes zu behandeln, aber auch ohne ihr das Leben abzusprechen? Und inwiefern lässt sich behaupten, dass sie auf die Handlungen der Menschen zurückwirkt? Das Ergebnis bei Lovelock ist, so weiß Latour, eine durch und durch diesseitige Auffassung der Erde. Seine Intuition ist vollständig säkular. Gaia, die gesetzlose So Latour, ist das Antisystem. Dass die Erde kein toter Planet wird, weil der Mars ist, liegt nach Lovelock so Latour nicht allein in geophysikalischen oder geochemischen Gegebenheiten, sondern weil die Erde ein System ist, in dem Organismen ein integraler Teil sind. Ohne Berücksichtigung der Beiträge der lebenden Organismen ist das Verhalten der Erde nicht erklärbar. Das unaufhörliche Wirken von Organismen setzt Luft, Boden und Wasser in Bewegung. Gaia als ein Superorganismus, der sich wie ein selbstregulierendes System verhält. Die geeignete Wissenschaft, um sie zu erforschen, ist da nach Lovelock die Physiologie. Das ist erstaunlich. Das Problem, das Lovelock vor Augen steht, so Latour, ist, dass es hier ebenso wenig Teile als auch eine Totalität gibt. Teile, die eine Funktion erfüllen, deuten auf einen Ingenieur. Aber eine solche technische Metapher, so Latour, ist dauerhaft auf die Erde nicht anwendbar. Denn sie ist nicht fabriziert und niemand ist für ihre Wartung zuständig. Zwar hat sie eine Geschichte, ist aber selbst nicht konzipiert worden. Darum, so Latour, scheidet auch eine holistische Deutung aus. Lovelock versucht daher, Verbindungseffekte zwischen Wirkmächten zu erhalten, ohne sich auf eine unhaltbare Konzeption von Totalität zu stützen. Seine Version des Systems der Erde ist daher antisystematisch. Es gibt zwar nur eine Gaia, aber Gaia ist nicht eins, so Latour. Lovelock, so führt Latour aus, sucht sozusagen alle Lebensformen zusammenzufügen, ohne sie zu vereinheitlichen. Alle sind irgendwie zu einem Superorganismus zurückgekoppelt, ohne dass es einen obersten Lenker gibt. Seine zentrale Eingebung ist, so Latour, dass er die Vorstellung von Teilen aufgibt. Organismen passen sich in dieser Vorstellung nicht einfach nur an die Umgebung an, sondern sie passen zugleich die Umgebung auch an sich selbst an. Organismen manipulieren das, was sie umgibt, sozusagen zum eigenen Interesse. Jede Wirkmacht manipuliert das je eigene Umfeld, um so das eigene Überleben wenigstens ein klein bisschen wahrscheinlicher zu machen. Das gilt jetzt nicht nur für Menschen, sondern für alles Leben, vom Biber bis zum Baum und dem Virus. Die Fähigkeit des Menschen, alles um sich herum zu ordnen, ist in Wirklichkeit eine allgemeine Fähigkeit der Lebewesen. Je mehr man nun, so bemerkt Latour, den Begriff der Intentionalität auf alle Akteure anwendet, desto weniger Intentionalität denkt man in der Totalität. Die Gewinne eines Akteurs werden immer wieder von anderen Akteuren konterkariert. Das Ergebnis ist kein Endzweck, sondern ein wüstes Gewimmel. Und dieses Gewimmel und Gewusel ist Gaia. Latour spricht von Handlungswellen, Phänomene, die sich um keine Grenzen kümmern und die keine festen Maßstäbe beachten. Was dabei herauskommt, sind Gelegenheiten, Zufälle und Rückkopplungsschleifen. Gaia hat vielleicht eine Ordnung, aber keine Hierarchie und ist weder mit einem technischen noch einem religiösen Modell zu fassen. Alle Skaleneffekte, so Latour, sind Resultat der Expansion von opportunistischen Akteuren. Gaia ist völlig profan. Da es hier kein Ziel und keine Leitung gibt, so Latour, muss man Gaia als einen Prozess auffassen. Sie ist weder Produkt des Zufalls noch der Notwendigkeit, sondern ähnelt dem, was wir als Geschichte selbst wahrnehmen. Zum Schluss lese ich, ach so, was ich vielleicht noch sagen müsste, Lovelock hat mehrere Bücher geschrieben, auf die ihr Latour auch eingeht, in die er das Gaia-Konzept entwickelt hat. Bücher, da könnt ihr vielleicht mal bei Wikipedia und der Lovelock nochmal nachschauen, was er so alles geschrieben hat. Also einige Bücher hat er sein Gaia-Konzept entwickelt. So, ich lese zum Schluss noch ein Zitat von Latour vor, das er gegen Ende der hier vorgestellten Ausführungen anbringt. Ich zitiere Haben wir uns nun endlich ein zutreffendes Bild von Gaia gemacht? Nein, gewiss nicht. Ich hoffe nur, genug darüber gesagt zu haben, um sie davon zu überzeugen, dass es keineswegs dasselbe ist, den Platz des Menschen in der Natur zu suchen, um auf eine veraltete Wirkwendung zurückzugreifen und sich an der Erdgeschichte des Planeten zu beteiligen. Wir hoffen nicht, endlich in Harmonie mit der Natur zu leben, indem wir alles in den Vordergrund rücken, was bisher in den Hintergrund verbannt war. Auch in dieser kontingenten Sturzflug, unvorhergesehene Ereignisse, gibt es keine Harmonie und es gibt auch keine Natur. Zumindest nicht in dem sublunaren Reich, das wir bewohnen. Das menschliche Handeln in dieser Erdgeschichte, situieren lernen, läuft daher auch nicht darauf hinaus, die Menschen zu naturalisieren. Nichts Einheitliches und Universelles, nichts Unbestreitbares und Unwandelbares erlaubt uns, die Erdgeschichte, die uns umfängt, zu vereinfachen. Ende des Zitats. So, das war schon meine kurze Vorstellung der Gaia-Konzeption von Lovely, wie Latour sie interpretiert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss!